So mit O, sind wir wieder da, noch eine kleine Session, wir sind aufgestiegen, wir sind aufgestiegen, 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 vier Saison, vier Saison, vier Saison gespielt, Bilanz bis jetzt auch noch in Ordnung, und sind jetzt in die Liga 7 gekommen, Liga 7, und sind dort in einer Niederlage gestartet, schön, äh, nicht schön, gut, aber wir spielen ja erst in letzter Woche, von daher ist das in Ordnung, Zeugenspieler verletzt, er hat sich verletzt, wo verletzt der sich, oh meinst du so, okay, jetzt gucken, rechter Fuß, starker Fuß, gekauft, wir sehen, hier, arm, aber der ist eh nicht ganz fett, den können wir auswechseln mal, drum geht der innenverteilt, ja auch mal, und wen haben wir noch, höre das, der wieder fit, fit genug, sag ich mal, Schalke, 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 ne, da kann der schon gut in die Mitte rein, der kann da schon gut rein, der Herr höre das, und sonst, linkes Mittelfeld, äh, 93 hat er wieder, der kann wieder rein, er hat gefehlt, das wird sein, was ist denn oben, ah, Mario, komm, es ist so, hier, da, mega, fit, mhm, naja, wie fit ist das Dings, geht es mir so nicht fit, 1, 2, 3, 4, 5, mit der Teamkarte anzuwerfen, aber sind die alle noch so gut, wer ist denn das da, Teamverteidiger, ist auch schon ganz schön durch, aber ich kann, komm, es spielt einer, es ist Halbzeit, noch mal da ausgerexelt, genau, so machen wir das, ja, so läuft, wir spielen das mal, mal gucken, wer kommt, guten Tag, guten Tag, Passiert das, es passiert nichts, es findet sich kein Gegner, der sich uns stellen möchte, kann, 83 hat man schon bewahrt, das einer ist hochgegangen, ein Pünktchen ist nach oben, schön, 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 wo sind denn die Gegner, die trauen sich alle nicht, ein Vogelscheuchen, wir können das eigentlich ausmachen, das habe ich schon mal probiert, äh, ja, so geht es, einfach rausschieben, ich werde die verlassen, ach so, weil ich, hehehe, weil ich ein Vogel bin, und zu lange brauche, so passiert das manchmal, wie das hier auf dem iPad aussieht, ist die Sache, ja, da, okay, dann wieder aus hier, 84, ist ja wahnsinnig, Leute jetzt spielen, warum muss ich gegen solche Leute spielen, Liga 7 kommen die schon, sind die alle debatt, da müssen wir mal konzentrieren, oh, so geht es ja, es geht, geht es oder geht es nicht, oh, da kommt der Schuss, oh, alter, das sind für einen Schuss, oh, ich will nicht solche Gegner, ich will nicht solche Gegner, mh, 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 alter, ist ja schnell, das wird nicht leichter jetzt hier, meine Fresse, da kommen wir jetzt gleich, Liga 7 aufgestiegen hier, Arena Woche, und jetzt kommen schon richtige Gegner hier, mit Superspielern drin, das ist schon ganz schön früh, finde ich, finde ich, meine ich, Weg da, die warten ganz geduldig auf ihre Chance, vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen, da kommt er hin und er fährt zu dem Platz, mh, scheine, pff, das geht doch schon richtig los hier, ja, verdammt der selbst so super spiele hat das ist schon ein bisschen mistig zu einfach viel zu einfach so viele freaks ist ja rein ich will nicht fix haben das wir mal scheiße das war schon fast eine vorlage für den gegner nicht noch fast die erste ziemlich schnell ist und ich nicht ein schuss kein treffer das ist nicht einfach jetzt hier ich dachte schon gerade ich hab wirklich gutes team hier gebastelt in einer woche pustelkuchen das ist nicht da das ist nicht so nice hier ist man ein bisschen unter druck vor allem eine abwehr ist ja echt ein bisschen diesem sturm nicht nicht so ganz präzise und ich werde sogar heben können war ich überrascht sei nicht überrascht scheiße unterlaufen oh gott er ist auch schnell vielleicht aber nicht bekommt er nicht genau aufschliesslich nimmt es echt schon ein bisschen anders aus das ist eine herausforderung daran wächst man doch ja ja konnte mich aus dem vogel haben wir gehochen kolleges haben wir gehochen jetzt habe ich natürlich ein gommes hier vorne die alles anders als was die alternative ist kiesling das ist das ist war ich da dran ja da waren wir dran ich komme ja gar nicht raus ich bin da weg guys das russ lautwerk ist ja woherl Again Lass du mal steh'n ich bin nicht fertig mit dir du midst ein schuss kein treffer Ah, meine Fresse. Hm. Okay. Frühes Tor. Bisschen schade. Dachte ich, kann ich ein bisschen länger dagegen halten, aber muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schwierig. Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Dann habe ich nur noch Kiesling rein. Er ist noch leider auch ziemlich lahm. Wir wollen ja Bus. Klasse halten. Das ist alles was wichtiges. Ein Team weiter aufbauen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich von der Leistung hier mithalten könnte. Scheiße. Der Ball schon wieder recht gut gemacht. So ein Sonntagsschuss könnte es natürlich auch mal werden. Ein Abgefärschter. Oh. Info-Seite rausgezogen. Macht man nicht, macht man nicht. Gar nicht gut. Einfach gut. Guter Einsatz. Jetzt muss es schnell gehen. Dann kann es gefährlich werden. Jetzt muss es schnell gehen. Dann kann es gefährlich werden. Oh, das könnte es sein. Nein. Der alte Fiesling. Der alte Fiesling. Brotalo. Ah. So ein Fiesling. müsste irgendjemand schießen am besten geht das mit chancen da fehlt mir doch mal eine korby war dran nee war nicht ganz platziert dass wir das bitter geworden rockel nicht der vogel Alessandro ist auch da. 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 Ja gut. Also ist auch da. Also ist auch da. Also ist auch da. Okay. 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 Das ist ein bisschen schwächer Zeit. Okay, hier sind keine super Leute drin, die schon kratzen. Gucken wir mal. Wir fangen locker an. Das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Und da sehen wir, mit welchem Dasein die Heimatschaft heute ins Spiel geht. Sehr schön. Das ist kreiser gesogen. Das sind sich alle vor. Alter! Gelb! Hat der nicht gesoffen? Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit dem Spiel. Und wenn wir zu viel durchgehen lässt, dann müssten die Spieler das gerne aus. Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Zack! Nein, können Sie nicht. Aber stehen. Ich bin da nicht fertig mit dir. Ich könnte über alles reden. Was ist alles? Scheiß! Das läuft nicht so gut. Das ist so ein Stort in Liga, ey. Das wird hoffentlich noch besser. Hm. Was? Truff. Truff. Wind. Okay. Was? Der Pfefft jeden Scheiß, das nervt mich. Hm. 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 Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Schießt er ihn rein. Äh. Das war wichtig. Ich komme ja echt nicht rein in die Liga, ja. Wird das seine Torchance? Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh, Alex. Jetzt müssen wir noch ein bisschen konzentrieren hier. Das war der Best. Das war der Best. Nein. Das war der Best. Schon getrückt. dabei müsst ihr euch die fehler nützen schamlos ausnutzen muss ich die fehler super täglich super alles jetzt krieg ich da keine karte schade jetzt noch einer und noch einer noch nicht sehen wo der ball in der stelle ja ganz herr ja mann scheiße boah der war wichtig noch zu treffen wieder nach drei spielen und damit alles auf anfang es steht eins zu eins ja so steht es schon jetzt könnte gefährlich werden sehr gut aufgepasst schade ja das hätte ich doch richtig tacklen sollen ne mann ja 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 nicht zu Oh, nicht nicht so schön. Gibt es auch. Tor, Tor, Tor. Ja, was ist das? Und die Situation geklärt. Mach dir ihn! Und den hätte er alles gut gemacht. Viel verspricht, aber dann kommt doch noch einer dazu. Jetzt Kawahal. Oxlade, Chamberlain. Jetzt Kawahal. Gut gemacht, den Ball unter sich. Ja, Kiesel mal übrigens. Von Gomez. Gibt es als Torschützer auch was? Dann kann ich ja eh nie machen. Kann man eh nie machen. Zivilverbarter vielleicht. Jetzt heben wir uns auf. Mhm, 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 mhm. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Okay, halbseits. Nicht vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Wird das deine Torchance? So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, scheiße, das wärs gewesen, ey. Das wärs gewesen vom Fiesling, Kiesling. Oh, das wollen wir mal ein paar Aktionen jetzt hier. Die Hoffnung geben. Ja. Viel Zeit! Ähm. Mhm. 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 Scheiße, ich brauche mal einen Sieg hier. Für alle Fälle bräuchte ich mir den Ball. Ja. Da ist ja echt bitter jetzt langsam, ey. Das ist ja so abkacke, ey. Gebrauchter Tag für mich. Gebrauchter Tag für mich. Er hat nicht. Er hat ja absolut auch nicht passiert genug. Mmh, mmh, mmh. Oh, komm hier. Oh, oh. Okay. Das könnte gefährlich werden. Das ist ein schönes Luft raus, ey. Meine Frage ist, ist die Luft raus. Scheiße. Scheiße. Ja, da wäre es vielleicht nochmal schwank geworden. Hm. Hm. Da kann er ihn stoppen. Oh, ne, singe. Das läuft alles nicht so schön. Gott Salam. Hm. Hatte meine Chancen, hatte ich vorher es auch. Ja. Puh. Die Nachspielzeit läuft in vier Minuten angezeigt. Geier. Wird das eine Torchance? Sauber vorbeigesend hier. Jesus Navar! Jesus Navar! Jesus Navar! Über die Torauslinie! Gut. Scheißdreck. Elend. Das ist Elend. Sie verlieren dieses Spiel. Klassische Reporterfrage, wo war Lachs? Bescheinster. Scheiße Lachs. Abwehr muss ich unbedingt stärken. Abwehr ist einfach nicht stark. Ich bin so schwach. Ich bin zu lahm jetzt. Ah ja, probieren wir es noch. Sieben Spiele haben wir ihn noch. Aber drei Stunden total verkackt. Oh mein du total verkackt, mein du total verkackt. Bände, Bände. Oh denn. Ach, ich kann vertrauch mehr. Du kannst doch gehen. Bände zuletzt. Was hat denn der gute Bände? Oberkörper. Da kommt das Öl rein. Und das Öl rein. Du jünger Vogel. Ach. Ja, oder, Alex jetzt. Es wird passieren. Aber echt. Echt nicht gut gewesen jetzt. Meine Fresse. Das ist so ein Riesenunterschied. Durch die Liga 8 hat er fünf Spiele gehabt. Bisschen Aufstieg und hier komme ich nirgendwo zum 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 ja, guck ich 84 Schneller Sturm Puh, verdammt der ist mir nicht schwer äh, schlecht aus die Mannschaft aber dieser Blick kann ja trügerisch sein Nein, Schuhschade Nein Scheiße, das wär mal ein guter Schlott gewesen Das wär mal ein guter Schlott gewesen Draxler Wollte doch schön hackespiechender Vogel Jetzt haben wir doch gerochen Rot Oh, das ist ja keine Karte Der Ball war längst weg Da gräbst der Fall in den Mann Riskante Aktion Da gibt's kein Vertun Der schießt sich ja nicht richtig mit seiner Einschätzung Jetzt könnte's gefährlich werden Tolle Planke Nein, Gommes Das war so ein Gommes Ball Besser war die Gommes Ball denn nicht Vorbeigesprungen Ich hab schon die Gelbe Ne Scheiße, ja Mann Wichtig Wichtig Gefühl hab ich auch Irgendwo Tief in mir versteckt Ich werde nicht alle liegen Durchmarschieren Das wär aber schön Wenn man sich einer halten kann Da gibt's ja echt schon gute Spieler Muss man sagen Da haben sich schon gute Teams Leute zusammengestellt Scheiße, ja Wichtig Wichtig Das ist wichtig Schönes Tor Scheiße nochmal Volland Volland ist voll dabei heute Mal sehen Mal sehen Mal sehen Ob sie so weit machen Und die Maria Boah, ist wichtig Das war echt wichtig Um mal Hoffnung zu haben Hat er schon gesweifelt Abseits Echt Oh Gott Oh Gott Bisschen kurios hier Bisschen kurios hier Oh Gott, ja gut Das ist zu wenig Anfang 80 Sehr guter Einsatz Bisschen kurios hier Es ist wichtig Oh Gott Okay Oh Gott Jetzt gibt's einen Gegenangriff Wenn das deine Torchance Alles weg Es gibt jetzt einen Gegenangriff Oh Gott Oh Gott Wird das deine Torchance? wo fliegt denn da durch alles gut ist alle doch gott kein risiko adx kein risiko 2 1 risiko ok geben können hätte man machen nicht schlecht ok ok Aktion. Mit dem Wattfuß Richtung gegnerisches Tor. Gut gespielt. In Smollard. Den hält er super. Elf mal geht. BDR mit den Teufeln. Der Angriff sagt, sag mal da raus und hält den Mann. Pff, gut. Das ist in Ordnung. Gut, dass ich reingekommen bin hier. Die Spieler sind zurück. Zweite Hälfte beginnt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Pff. Was ist das? Kommt überall Kolotte durch. Ja, überhaupt zurück die Sache. Das könnte die Chance werden. Er spielt den Steifers. Das ist ja. Gut. Das hätte eine gute Gelegenheit kriegen können, aber jetzt ist der Ball weg. Götze bringt die Ball nach vorne. Und jetzt die Chance. Gommit! Und da ist das Tor! Schön. Endlich! Wechseln wir mal. Götze kommt raus. Boah! Boah! Neu da rein. Komm, das kann raus. Entschuldigung, auch mal rein hier. Da ist schon ganz schön runter. Ja. Jetzt Roller. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Mhmmm. Schuss. Puh, gut gehalten. Scheiße, wenn wir ja machen können. Lackerset? Götze? Nicht ausgegeben. Falsch das? Ich könnte es nicht ausgewechseln. Stefan Fiesling! Stefan Fiesling! Oh, wird lange gebraucht zu schießen. Entschuldigung, ein Treffer, kein Tor! Geht mal hintergut! Gut! Oh! Jetzt bin ich zu spank, hier der erste Aufmerksamkeit. Hm, die ausgehen lassen können, Ayu. Hm. Das haben wir heute schon häufiger gesehen bei ihm. Irgendwie wollen seine Pässe nicht so richtig gelingen. Und vorlang. Kiesling! Jetzt wird gefährlich! Ja, so weiter. Ach, so weiter. Richtig, ne. Kiesling! Ja, und Kloppe! Hm. Vorne ist Verteidiger. Aus. Keine Kotte? Doch. Ach! Da wird der Banzenschutz geguckt. Hm. Hm. Hört mal stehen! Hm. 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 Alles gut. Hm. 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 Man, Thiago, ich hab's nicht machen lassen. Hm. 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 Das hat er auch noch rein, ja. Oh, der ist ja echt Trenner, ja. Echt? Ach doch, doch. Ja. Ich war nicht. Das könnte gefährlich werden. Die offizielle Nachwuchszeit wird angezeigt. Drei Minuten gibt's noch extra. Hm. Duft gelaufen. Ein bisschen Laufhecker hätte ich vielleicht durch gewesen. Das war's. Okay. Pfff. War wichtig. Ganz wichtiger Sieg. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Ich weiß nicht, dass ich ein bisschen müder wurde, aber es war wichtig, 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 wichtig. Pfff. Ich hab fünf Punkte noch. Klassenheit ist auf alle Fälle wirklich. Muss. Möglich sein. Bilarabi hat keinen Vertrag. Also mein Kriegen. Kriegt er einen. Er hat doch keinen Vertrag. Kiesling hat keinen. Warte. Was braucht ihr ein? Das ist echt die Frage, braucht Kiesling im Vertrag? Hm. Ein guter Verteidiger war gut. Guter noch. Guter an der Innenverteidigung. Was hab ich da? 81. 480. Und der Stürmer. Das ist ein guter Stürmer. Angeboteneinhaber verkauft. Schön. Angebotene. Stürmer. Es gibt für Stürmer. Wo ist es noch Deutsch? Gucken wir mal. Wahrscheinlich wird da nichts kommen. Gummis. Der hässliche Gummis. Volland. Gummis. Nein, jetzt gibt's die halt ja ne. Was ist denn das? Ach, könntest du? Als Stürmer gibt's auch. Verrückt. Technisch. Vor allem ist das ein bisschen günstig. Aber okay. Der Bringer. Ja nun das. Ja nun das eine Idee. Wie schnell ist denn der? Mhm. So, Laufstation. Vielleicht nicht verkehrt. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 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 4. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3.000 Hier wird das Hammer schon 2.000 Küsten, siehst du jetzt Schon wieder vergessen Hier wird das Hammer 3.600 Die Dräger Kaufen ich doch lieber einen Abwehrspieler Wir sind noch mal ran In der Abwehr fehlt es doch ein bisschen, einen guten Stürmer Ist der wenigstens ein flott Tempo Oh ja Muskeln Es wird schon ein bisschen günstiger, da gibt es hier keinen Discount. Ich spiele seit einer Woche. Einer Woche spiele ich, ja. Und versuche mühsam. Wenn du das sagst. Ja, ich suche, ich suche, ich suche bloß das beste Angebot. Deswegen gehe ich mal kurz auf eine Stunde verbleibende Zeit. Da kommen die Neuesten rein. Ich habe nicht viel Geld. Seit letzter Woche habe ich angefangen mit Ultimate Team. Und jetzt bin ich aufgestiegen, Liga 7 in der Online-Saison. Und da kommen schon Leute, die meinen Abwehr ziemlich überlaufen. Guck mal, der ist gerade reingestellt. Für 4000. Sokrates. Wie schnell ist das? Das ist auch nicht schlecht. Sokrates wäre auch noch eine Idee. Beide. Beide, man schön. Sokrates wäre gut, weil ich für mehrere Abwehrspieler von BVB-Gruppe. Ist er schon weg, oder? Ne, da. Ne, da. Ah, 4000. Sokrates wäre schön. Pfff. Also hier, 3500. Das ist das günstigste. Pfff. Ach, das ist natürlich so eine Idee. Sokrates. Sokrates mitzuholen. Was bin ich nach ihm so? A drücken, dann den A drücken. Ah, danke für die Tipps, verdammte Achse. Warte mal, suche ich erstmal Sokrates und dann suche ich den. Äh, äh. Warum kommt das? Warte mal in der Suche. Spielernamen. Das stimmt, da steht es doch sogar. Entschuldigung. So, grad. Das versteht doch schon. Mann. Das ist ja mal eine Idee. Wie gesagt, ich bin doch ganz neu hierbei. Mal gucken, was gibt's da für 2000. Bestimmt, sondern mach ich das auch hier. Ja. Mann, ist gleich 3000. Ich war so optimistisch. Ich fange aber jetzt 2500 ein. Okay. Mystisch. Da stand ja für 4000, stand da drin. Oh, jetzt war es drin. 4.000. Ja, eben. 85. Hatten die einmal eine 85 sogar? Wieso gibt's denn jetzt 84 und 85? Kannst du mir das erklären? Hab ich bei mehreren Spielern schon gesehen. Hier. Einfach kaufe ich den. So. Verdammt. Nicht so fortsetzen. Äh. Erstmal ins aktive Team. Na, nicht Verbänder. Äh. Falsch geklickt. Egal, aber der Hummer wieder rein. Äh. Ich geh einfach mal in die Mannschaft. So. Ist nämlich schon ein bisschen geprägt von BVB. So, Gott. Der hab ich jetzt rausgehauen. Ein Bänderjohn. Kann ich einfach komplett. Also. Hab ich das wieder hinzugefügt? Ja. Äh. Wie. Dort langsam. Ab geht's raus. Also, ab geht's nur für den Ast. Ah, okay. Ach, aber die bleiben also die Alten dann. Hm. Danke für deine Hilfe. So. Ich hab hier mal ein bisschen gestärkt. Die haben mich hier echt überlaufen. Die möchte die Leute hier. Kiesling. Mal die Kiesling. Äh. Der soll eigentlich auch raus. Den müssen wir auch nicht mehr verlängern. Ach, ich muss trotzdem überlegen den Platz. Bis dahin erst mal. Hm, hm, hm. Können wir natürlich noch eine BVB aufmachen. Ob das was bringt. Das saß lange auf der Bank. Und da könnt ihr hinten dann noch, dann noch vom BVB, äh, vom, vom, von Bayern. Könnt ihr dann zusammen spielen. So, der Plan. Der tollkühne Plan. Hm, hm. So, aber wir wollen erst mal spielen hier. Alles noch gut. Gut. Wir probieren es mal jetzt hier. Hm, 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 hm. Hm, hm. Wie sind wir durchmarschiert? Aber in Liga 7 wurde es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Man hat einfach auch schon richtig gute Mannschaften worden. So. Aber wir wachsen auch lang. So wachsen wir. Das ist ja meine Güte, was hier manche Leute schon für Spieler drin haben. Wie kann man sich die jemals leisten? Das sind ja Astronomen. Das ist ja. Hm, 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 hm. Los, ein Team. Wir brauchen ein Team. Ein leichten Gegner. Oh, die Lazenz sieht doch komisch aus. Ne, das mach ich nicht. Ganz alleine spielen. Nicht mehr so risky. Hm, 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 hm. Na, das ist ein Namensuch. Mein, das war echt eine Idee. Meine Güte, steht ja eigentlich auch da. Ja, das ist schon wieder. Gibt's ja keinen anderen. Echt, das ist... Das ist mir echt zu hoch. Ich muss hier noch Ruckelspier zu veranstalten. Hm, hm, hm. Der langsame Gomez. Hm, der kann halt bloß Worten auf Flanken warten. Um die reinzuköpfen. Wird grün. Wird grün. Wird grün. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ne, wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Das sieht so ein Beschissen wieder aus. Kommt gleich ein Grüner. Jetzt. Bestimmt. Schon wieder der. Ach, scheiß drauf. Nee, wir bleiben so. Mal gucken. Ich hoffe, es läuft flüssig. Oh, super aus. Aber das kann täuschen. Ähm. Hä? So. Naja, so richtig gut läuft es nicht. Aber gut, das... geht auch schlimmer. Jetzt bin ich mir noch neu. Und ich bin mir so schnell. Ich bin... Und ich bin... 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 Ja, super, ja. Pfff, too simple. Oh nein, wurde das da nicht vorher noch gedrückt? Gut ausgepasst, da kommt ja an den Ball. Es beginnt verfahren, das ist verfahren, verfahren, ja, verfahren habe ich mich auch. Verfahren in Liga 7, da muss mehr drin sein. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner abreißen. Das könnte der Gelegenheit werden. Mario, Götzi jetzt! Auf Götzi! Oh, wie der schnell gekommen ist. Und die Götze ist vorbei, er dürfte sich in den Schub. Der Ball kommt! Jawoll! Geht auch. Da kann ich so eine Kamera, machen wir es. Ich fahrs, da ist da gar nichts. Dann warten wir es in der Mitte. Das ist der Gummis. Ich warte in der Mitte, schieß mich an. Ach gut, wichtig, wichtig, wichtig. Ein bescheidener Start in die neue Liga. Fangen wir uns so langsam. Was denn jetzt? Ach der. Der haut mich einfach an. Der hat mich gehauen. Nicht so gefährlich hinten spielen, bitte. Alles gut, wir spielen locker, wir spielen locker in 40. Das hätte eine gute Gelegenheit zu sehen können, aber jetzt ist der Ball weg. Ah! Zu langsam. Einfach so langsam. Ist zu schlecht. Guck, guck. Okay, in der Ecke. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Was ist ein kurzer? Komm, ist es deiner. Abseitsrecht. Hab ich, glaub ich, gespielt? Zumindest kommt er nicht vor das Tor, das ist schon mal gut. Zumindest vorerst. Oh, wie dumm. Jetzt kommt er vor das Tor. Puh, gut. Guter Einsatz von Benedikt Höwedel. Das wollen die noch keine Chancen geben hier. Auf Junge. Au, hat er gut gehabt. Scheiße. Hat er gut gehalten. Hat er gut gehalten. Schade. Wichtig gewesen. Nimm mal ein Tor mal mit einbinden. Der Angriff ist erstmal vorbei. Wir verlieren den Ball. Das könnte gefährlich werden. Nein! Oh. Mh. 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 Kommt er nicht vor das Tor, dachte ich mir, ne? Jetzt kam er doch mal vor und hat es gleich ausgenutzt. Ah, wie doof. War ich zu zurückhaltend. Zu zurückhaltend. Der Spielverlauf ist völlig offen. Der Ball hin. 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 Jetzt muss ich nervös werden. Es liebt gut. Die Schlossąće random muss erbreiten. Der Einsatz war zu hart. Bisschen arger damit das schreiten. Die Stimmel. Ah, geht die Mauer noch ein Stück vor. Der Ball hin. Wir müssen aufpassen. Der Ball hin. das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht ein voller halbzeit noch ich brauche acht punkte acht punkte bis zum klassenhalt das erste ziel das ist nicht gefährlich das ist einfach nicht gefährlich scheiße das wäre noch wichtig gewesen da wo noch dran das ist super ja so krates ich glaube sie nicht alter erstes spiel hübsch ja sehr hübsch wirst du richtig ich habe mich schon fast ein bisschen geärgert naja 22 zur halbzeit da gibt es langweiliger der eine chance gab und zwei tore muss musst du erst mal machen das musst du erst mal hinkriegen weiter weiter alle sind bereit das muss man haben mach da nicht sowas nicht sowas machen sowas auch nicht 1 50 sind wir müssen wechseln ja kürze ist schon ganz schön unter der kürze wir haben ja auch ersatz kommen wir können das kann ich auch mal kommen das habe ich da habe ich das kinder dazu gekommen ist muss habe ich gehen kürze 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 hmm kürze mich für tiago kastro hat's tor geschossen oh tiago ist flatter Komm, ich muss mal spielen. Noch ein 3-4-4-4-4. Das sah gut aus, wir sind hier hin, aber jetzt haben wir es. Oh, der Ding ist immer noch langsamer, dann bewegst du dich auch nicht mehr. Das sieht nicht gut aus. Nein, zu schnell gepasst. Puh, richtig. Gute Zweikampfführung. Halbe Stunde noch, Daniels ist nie vorbei. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Das rette Ihnen fair vom Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Wenn ich ein bisschen Laufbereitschaft komme, ist... Weg da! Femino, das tut mir leid für den Namen. Puh, was macht der denn? Hm, 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 hm. Jetzt können Sie es gefährlich werden. damit laufen können jetzt mal machen können da könnte man eine gelbe korte geben gibt es auch jetzt ist der ball doch noch weg cool aufgepasst und verteidigt und alles ausgeglichen den eindruck hatte man vom spiel aber auch das mehr schau gewesen unter halbzeit 1 ich raus drängen lassen geht ja noch was im abseits geht es auf alle fälle komm jetzt kannst du nicht statt nur rum erkannte nicht mehr nein macht das nicht himmel arsch wegen des unentschieden das mitnehmen ja ja das sehe ich auch also vom firmino möchte ich nicht reinkriegen alles gut alles gut alles gut alles gut alles gut genau direkt da komm es ist sehr schnell hat sich auf das bemüht ich brauche einen sturmbräuch jetzt wirklich irgendwann schnellen kollegen doch zuvor brauche ich da geld oh scheiße oh scheiße schnell oh nein oh gottes willen oh gottes willen oh gottes willen oh gott ich hab schon gedrückt puh pfeff ab Junge wir sind zufrieden mit dem Ergebnis wir brauchen wir nicht nein pfeff nicht ab wir machen nur ein Tor können sie sich den Sieg doch noch holen natürlich jetzt pass auf voll an und den hält er fest scheiße der alte Friese sehr gut aufgepasst ach schade ein offener Schlagabtausch scheiße ja was das können sie schwarz werden nein scheiße ah man 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 schmutzige 2 zu 2 passt am Ende glaube ich schon passt am Ende schon ja kann man auch so sagen vier Punkte nach vier Spiele das ist möglich alles gut das ist doch ein bisschen blöder dass ich jetzt keine Richtung Stürmer habe hier komm es ist Thiago hat keinen Vertrag wieso hat er keinen Vertrag du kriegst einen Vertrag du kriegst einen Vertrag aber nicht einen guten Vertrag sogar für den ich hatte doch irgendwie sogar so einen 9,90 den kann der eigentlich auch kriegen genau zentrales mittelfeld das haben wir hinten noch 90 und die haben wir drei auf den Götze hier werden wir hier werden gerade vier Thiago hm 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 als Einwechsler als Einwechsler und hier unten in der Abwehr und hier unten in der Abwehr sieht eigentlich alles gut aus könnte natürlich könnte natürlich nichts erhöht das mal aussetzen BVB-Connection größer kann ich immer noch ein wechseln kann man immer noch ein wechseln achso kommt auch wieder rein also ein Spiel nach dann machen wir das Pause äh Kaffeetrinken gegner gegner wo seid ihr nur 4 Punkte man das klingt eigentlich nicht nach so viel muss noch trotz portrayed So, Kollege, mal gucken, was du für ein Team hast. Oh nein, no! Das ist nicht so wie mein Team, ungefähr. Gerichtet. Mal schauen. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, Stella, hast du verstanden? Hat sie verstanden. Brauchen wir noch einen Stürmer? Irgendwie brauchen wir... Also, je nach dieser Saison vielleicht einen Stürmer, der Gommes aushalten. Wir fordern uns eigentlich von der Geschwindigkeit, ganz klar. Jetzt geht's los. Oh. Kommt doch mit Pressing. Kommt uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3, die sind die Stürmer zu außen, eng an der Linie halten, und die sind die Stürmer zu durch. Kommt doch mit Pressing. Was fick'n der? Hm. 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 Kann sowas wirklich sein? Ob er da hinten gekommen ist, gibt's ja gar nicht. Er zeigt seinen ganzen Sprint. Macht er wirklich. Hm. Hm. Pff. Gut. Wichtig. Ja, ja. Wir passen den Ball gut, aber nehmen wir uns über eine überraschene Aktion. Er holt sich die Flanke. Gut gemacht. Mario Gomez am Ball. Er spielt den zurück guter Doppelmann. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, schade. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Über die Tor und diese Ecke. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Müsste gelb sein. Ist es nicht. Netter. Netter. Schiedsrichter. Ja. Wollt einen Sieg. Wollt einen Sieg. Hm. Ja. 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 Ja, nicht sehr schön. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja, war gut, eine super Chance war das. Das war eine super Chance. Oh, Scheiße. Ja, wir machen mehr für das Spiel. Aber... Raus. Duuuss. Ist gut. Meine Fresse, ist fast zu spät rausgeholt. Der hat echt einen schnellen Stürmer da vorne. Scheiße. Nein. Ah. Schade. Ja. Hmhmhm. Ich musst doch bald hin. Wer hat ich mitgenommen? Ich gucke jetzt mal was. Mh, 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 mh. Auf, Junge. scheiße danke nicht oh ne und sauber und sauber mal nicht mit ich muss mit Ball spielen das Spiel ist schon mit Zunge raus nein, so machen wir es bitte nicht Kaspar ich habe noch eine Ecke geschenkt, der Vogel ja kein schlechter Stott aber noch kein Reingehauen ja, warte noch mit der Auswechslung das ist gut so oh Gott oh, Alter war ich dran? das muss nicht sein das muss nicht sein nein der Ball wurde gut weggefaustet der Ball wurde gut weggefaustet verhistert der Zollhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückschlag und damit auch den Rückschlag vorladen gute Aktion der Ball für Außen wird Einruf geben mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerische Tor jetzt ist der Ball sorge weg gut aufgefasst und verteidigt jetzt haben sie den Ball jetzt haben sie den Ball hm, schade Mann, wie ein Tor haben jetzt voller da kommt der Pass auf Außen ja hm hm wird's jetzt gefährlich witzig ok wechsle nochmal ben tja, gut, o wenig Falle ich mit Nerven genau noch ein Gimmich haben wir doch noch Götze vor Bojan. Ups. Äh. Ja. So. Ist eigentlich alle noch gut fit. Blarabi. Ist auch fatsch. Sie können aufletzen, bitte. Ja! Scheiße, er ist doch so raus. Ah, gut. Aus nichts. Ja, so können wir ihn, technisch einwandfrei, unüberlegt, bringt er den Ball da einen Kasten unter und lässt alles dabei so leicht ausschauen. Wird das Spiel jetzt endlich offensiver? Das erste Tor ist gefallen, es passt. Oh nein, er hat schon gedrückt. Oh, wie ich das hasse. Nein, das ist der schnelle Wichser. Das ist der schnelle Scheißwichser. Ich hasse ihn. Wer ist das? Oh, der ist so schnell. Der kommt hier hinterher. Scheiße. Ja, Gott, ich mein. So kurz nach der Führung, ey. Oh, das war so ärgerlich. Scheiß verteid, Junge. Da geht er dazwischen. Pfff. Götze. Wird das seine Drogen aus? Mhm. 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 Du sollst nicht dorthin. Bei Cambo. Das gibt's nicht. Der ist so unglaublich. Das ist nicht so gefährlich. Das ist ein Vogel. Mhm. 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 Die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt, wo sie schnell geht, dann kann es gefährlich werden. Richtig, dass er hier frei ist. Das war's nicht mehr. Ball kommt in die Strafe, aber der Vereinigte erlöst das ganz überall. Nicht sicher gehabt. Und direkt zurückgespielt. Bloß nicht, doch denn zu dem Blödmann. Bloß nicht zu dem Blödmann. Gott, meine Hauptwehr. Kaspar! Gut verteidigt hier, Kimi. Mario Götze jetzt. Jetzt wird's gewährt. Wichtig, dass er da kommt, das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Hm, wir sind geworden. Wir sind aber nicht. Oh, oh. Wichtig, der aber wichtig. Der Rentler aber wichtig. Der wollte schon wieder durchrennen. Mein, 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 wie schnell der ist. Alles gut. Gut. Ja, mit dem Schreffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Hm, hm. Chance versagt, die Kugel ist weg. Hm. Das könnte gefährlich werden. Gucke. Jetzt hat er Anspielstaktion. Oh, ich dachte, die Mahl wäre, ich würde stehen. Aber jetzt hat sie die Wahl verloren. Scheiße. Jetzt schmeißt er sich hin. Oh, das ist jetzt eine Chance noch. Geht vielleicht mal über Mario Götze. Er nimmt ihm den Ball ab. Und die Chance. Scheiße. Es ist nicht mehr allein, aber es gibt noch mal Extors. Los kommst, du bist jetzt der Bunten-Dschungelwelt. Hm, nein. Hm, okay. Ah, ein bisschen ärgerlich. Der eine Stürmer, der hat mir nervengekostet. Also das war ja überhaupt auch nichts. Ja, ich muss die Gleise halten. Der blutige Scheiß-Gleise halten hier. Drei Punkte noch. Ein Sieg im Vierspiel. Los, halt, das ist nicht. Das muss möglich sein. Das Team langsam weiter aufbauen und dann wird das alles gut. Ich bin zuversichtlich. Gut. Von daher soll es das erstmal gewesen sein. Ja, vielleicht eine kleine Runde. Und dann geht's weiter. Was haben wir hier? Ja. Können wir. Ja. Gut. Ja, das ist das ein bisschen. Das ist das eine. Ja.